Die Engländer haben ja einfach so weitergemacht, haben gar keine Pause. Die deutschen Teams halten das anders. Die bereiten sich vor auf den Bundesliga-Restarts, so auch die Bayern. Die sind in Doha und einer hat schon wieder richtig Bock. Wenn du im Training mal so richtig schön verarscht werden willst, dann frag doch einfach den Musiala. Und dann bekommst du das auch ganz schnell. Am 20.01. geht's los für die Bayern in Leipzig mit einem Musiala in Topform.